was für jugend wird doch das war mal jugendwort des jahres glaube ich oder oder sowas ehrenmann ja das auch weil du das meinst nein seit wann hast du ehre das frage ich mich allerdings auch ich küsse deine augen die kriege ich doch nie wieder auf was versteckt sich denn da drin ja du gehörst doch zu dieser jugend ja aber ich sag sowas nicht nein ich küsse deine kniekehle warum bin ich jetzt gehauen worden ach ich schlurf ganz normal rum ich renne nirgends wohin sie behörde mich einfach ja 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 warum habe ich äpfel warum wohl nehmt sie mich zurück hä Ich hab's doch gar nicht mehr. Ach Melvin. Danke Sissi. Für die Rocket End. Das wird wieder so eine richtige chaotische Folge. So, jetzt muss ich noch eine Aufgabe suchen. Wer war das? Hi. Hier, deine Kanister! Oh, episch. Oh, wie schön. Oh Gott. Jetzt besinnen wir uns alle wieder. Was? Was ist das? Wo ist mein Polytool? Da ist mein Polytool. Hör auf! Woher hast du die alle? Ach du heilige Scheiße! Alter, was ist das? Popolierung, du Äffchen, du! Ich bin gleich zurück. Eik! Ja? Komm! Mach her! Was? Was? Ich bin raus! Ich flieg jetzt zu Venus! Okay, tschüss! Halt! Warte, ich muss vorher was hier rausnehmen! So! Ach! Was? Wird ich nur gemobbt? Nein! Du doch nicht! Ah! Nein! Du weißt doch, neun von zehn finden Mobbing klasse! Was? Warum? 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 Halt die... Sissi! Halt mal kurz! Halt kurz! Au! Los! Alle auf vier! Ey! Was? Was? Sissi! Du übernimmst! Starrocks! Nein! Nein! Geh weg! Starrocks! Ihr seid soe Chaoten, ey! Oh Gott! Achso! Jetzt stimmt's! Mein Pudeltor hat ja Verbrennung! Oh Gott! Ich kann nicht mehr! Wollst du auch noch? Du kommst nicht hoch! Oh! Ja, ja, ja! Ey! Dailox, wie hast du Verbrennung gemacht auf deinem Polytool? Sag ich nicht! Ich muss herausfinden! Starrocks, sag! Versteck mich jetzt! Da steht bei dem Elemente mit dran! Musst du nur lesen! Äh... Ne, steht nicht! Doch! Und... Was steht da genau? Halt Sets... Halt... Dinger... Unter... Halt... Feuer oder sowas! Ich glaub's auf Englisch! Ja, das ist hier! Hier... Sets... Enemies... Entities... Warte... Shift... Hier... Sets Entities on Fire! Was? Chromium oder die? Nein! Welches denn? Check mir das an! Mit S... 6... Oh Gott! Nein! Ja, was denn? Sessi? Sessl? Hä? Natürlich! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Hä? Wie... Äh... Warum fragst du jetzt eigentlich mich? Weil ich meine... Du... Du... Du kannst auch Ike fragen! Also ich meine... Ike hat doch hier eigentlich das... Äh... 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 Ja, danke! Weißt du? Ich bin ja auch richtig das letzte Opfer! Ich... Wie kriege ich denn Elemente vom Polytool wieder runter? Gar nicht! Na dann brauche ich das jetzt! Füge einfach alles... Füge einfach alles hinzu! Geht nicht! Das... Das was du gemacht hattest... Das war zu viel... Da war zu viel Scheiß drinnen! Natürlich geht das! Nein! Ging nicht! Ja komm! Gib mir den... Gib mir den Stoff... Und das Polytool! Nö! Zu spät! Wie... Doch komm! Bitte! Ich hab das Polytool weggeschmissen! Das ist nicht dein Ernst! Dann gibts doch mir! Ich hab's weggeschmissen! Äh... 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 Ja... Äh... Ja... Guck mal! Guck mal! Wie schön das doch ist! Oh der... Ähm... Boah! Der läuft da weg! Das ist zu viel des Guten für ihn! Nö! Das kommt mir nicht! Nö! Nö! Das brauch ich jetzt hier! Hehehehe! 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 Das stimmt ja! Ich wollte nur Redstone machen und dann wurde ich irgendwie... Ja... Aufgehalten! Warum? Weiß ich nicht! Warum? Weiß ich nicht! Frage ich mich grad auch! Warum? Weiß ich nicht! Nein! Warum? Weiß ich nicht! Warum? Frage ich mich grad auch! Warum? Keine Ahnung! Warum? Äh... Das ist die Banane-Karte! Achso, Ike... Ike... Äh... Bei dem... Bei dem... Bei dem... Bei dem Stoff hast du da auch ein Stack davon genommen? Ja... Du musst aber jedes Mal ein Stack davon nehmen, ne? Äh... Ich hab alles im Moment davon... Sissi! Du... Du musst... Du musst... Äh... Rechtsklick! In der Hand halten! Rechtsklick! Und dann siehst du ganz, ganz wie du... Äh... Ich suche... Und in der Hand... Äh... Es klingt so richtig besoffen... Sagst du das? Äh... Das merk ich mir... Äh... Ne... Nicht wenn ich hier ähm... Machen und Tun bin... Das ist gar nicht was ich wollte... Hast du jetzt Blindness? Irgendwer? Hier? Blindness zu haben? Irgendwie? So... Blindness? Hast du... Das bekommen? Wer denn? Mh... Nein... Sissi? Was? Ich bin's verwirrt... Warte... Mevin... Ich bin's verwirrt... Ich bin's verwirrt... Ich bin's verwirrt... Ich bin's verwirrt... Ah... Mann... So... Ähm... Es ist mir dort... Boah... Tyrox ernsthaft... Ich find das so geil mit dem Blenden... So... Hat mich angeschrieben... Ähm... Du siehst mich nicht... Ich will auch... Ich will auch... Ich will auch... Ui... Alter... Ein Polytool... Danke... 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 Von Ike... Je... Ey... Warte... Jetzt... Jetzt hab ich... Jetzt hab ich... Was ist da drauf? Okay... Das ist... Ganz schön komisch... Jetzt muss ich auch mal hauen... Mabeln? Mabeln? Ja... Komm mal her... Bitte... Tyrox... Warum... Brennst du nicht... Wenn ich dich haue... Obwohl ich... Dieses... Feuerzeug... Da... Dings... Bums... drauf gemacht hab... Du... Ich... 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 Ich bin jetzt auch blind... Ja... Ich... Ich brenne... Brenne Sorge... Hallo... Man brennt nur kurz... Man sieht es nicht... Weil wir hier auf dem Mond sind... Hallo... Ja... Oh... Nevin... Oh... Ey... Verdammt... Der Arsch... Mevin... Ja... Kann ich dich mal kurz... Nein... Gut... Dann mach ich... Die Explosion ist eben hier drinnen... Okay... Ike... Dafür brauche ich deine Einverständnis... Warte... Zerstört doch eh nicht, oder? Weiß ich nicht... Weil ich meine, es gibt ja diese Entities... So... Mevin... Okay... Wo mach ich so ne Scheiße hier im Inventar... La 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 la... Stell dich mal bitte hier hin... Hier... Genau da... Weil es blendet ja, ne? Und jetzt? Ne... Das... Leider nicht... Ne... Ist okay... Also... Okay... Dann mach ich hier weiter... Geh dir hin... Ups... Ecks... Oh gut... Ich muss die Kanister wieder auffüllen... Brauch die... Neon... 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 Pure... Was ist denn... Natrium... Wir haben ja nichts mehr von dem Fuel Tank... Oh... Beryon... Heading... Warum nicht? Oh... Gebt mir mal ein bisschen Chlor... Denn ich habe eine gute Idee... Idee... Fuel... Fuel... Hä? 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 Ich hitte dich und werde blind? Warum bin ich vergiftet? Ich hitte dich nie wieder... Was ist das? Oh... Die Polytol ist so OP... Tyrox... Ernsthaft... Was hast du denn da alles drauf geschmissen? Alles... Tyrox... 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 Ja, von allem ins Deck... Ungefähr... Calcium... Get extra Bones... Auch... Titanium... Wir schlagen nie wieder Tyrox... Auch weil man es so gerne mag... Ach... Ich schnapp mir aber was von dem Fuel... Ich... Warte mal... Wir haben doch irgendwo Helium... Ich hab das noch ein halbes Herz... Ike... Nein... Dann... Dann... Okay... Melvin... Komm her... Ich hab mich doch gerade... Regeneriert... Melvin komm her... Komm her... Was habe ich da jetzt eigentlich noch gesagt? Egal... Todeschlag... bin ich nirg geflogen das ist das helio mal da ich hab's nicht gesehen ich muss das regenerieren warum hat sie gerade gewittert ja ich weiß nicht warum was hast du gemacht der hat auf jeden fall irgendwas drauf irgendwas mit lightning das habe ich mir auch drauf geschmissen ach so das ist gold gold habe ich da nicht drauf ok mann das weiß ich doch nicht warum bist du gegangen das weiß ich nicht muss man auf jeden fall wo ist er hier alter das muss ich jetzt bei dir auch testen ja ich bin hier oben warte 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 also ich die anderen zwei habe ich jetzt gewonntet wieso kann ich dich nicht machen dlb bei der ding es eben haben但 DIY aber die ich freue mario ich sehe nichts ich habe nur ein herz zeig mir erstmal in politur das helium ist so geil zeig mal her du wirst nichts erkennen du wirst nichts erkennen es hat ja auch funktioniert eigentlich muss ich das ding löschen weißt du das ja wirklich gefährlich bei dir das merke ich mir vor allem du verbrauchst alle ressourcen nicht für irgendwas anderes haben guck mal unten rein also alles leer nein da ist nichts leer ist nichts leer ich sehe da nichts was leer ist was besteht denn das okay jetzt ähm das ist so geil ach ja warum kriegst du nicht alle schaden dann ja 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 ja